Willkommen zurück bei Let's Play Saints Row 4 Ich habe gleich mal in die nächsten Missionen reingehauen Und wenn wir das Element ändern können, welches würden wir nehmen? Also Eis finde ich schon richtig nice Ohoho, das heimt sich so garbage Also Eis finde ich schon richtig nice, weil wir können damit halt die ganzen Gegner einfrieren Dann sind die nach einem Schuss down Ist schon echt gut, ich glaube, dass Feuer diese Kraft dann eher nicht hätte Deswegen gefällt mir Eis eigentlich schon ganz gut Und das haben wir auch noch gar nicht ausgenutzt, das Eis, die Eis-Power Aber vielleicht heißt es ja auch, dass wir dann irgendwie zwei Kräfte haben Dann einmal Feuer und Eis zum Beispiel Irgendwann, was springen die mir genau vor die Karre? Nee, bitte schon selber schuld Diese ganzen Missionen werden wir natürlich auch nochmal machen Von jeder eine, damit ihr die auch mal seht Wenn mir eine besonders gut gefällt, dann natürlich mehr Ach ja Irgendwie ist mir das Spiel ein bisschen düster Na gut, wir sind in der Matrix und so weiter Aber ich habe Videoszenen von dem Spiel gesehen, da war das Spiel nicht so düster Deswegen trage ich mich Aber vermutlich klärt sich die Sache dann in einer Zeit ein bisschen auf Wenn wir ein paar Teile ein bisschen mehr freigeschaltet haben Etc Oh, ganz ehrlich Wir brauchen etwas Musik Wo ist das Radio? Kamera gibt es auch? Ah, okay, das ist nur Screenshots machen Das ist nicht so gut Nicht so genial gemacht Boah, ich will ans Radio Nein, wir müssen hier Leute Oh, oh, da links haben wir ein paar Hüble Gesellen Bisschen abbremsen Hm, also mit diesen zur Seite dürften Mit den Kurven herum dürften Das habe ich jetzt mal langsam drauf Oh Warum das sind jetzt plötzlich alle hinter mir her What the fuck Aber Gott sei Dank waren wir hier schon in der Mission Also müssen wir uns gar nicht um die kümmern In order to use this element You will need to manually alter your power Manually? Yes I have created this tutorial message to explain how to do so Oh, well, that's handy Now use your fire blast on those people It will ignite anyone in the blast radius Okay, vielleicht würde ich doch Feuer nehmen Hammer Hab ich irgendwas in ihr endlich? Nein Sag nicht Oh, die wird dann aus den Autos geschleudert Und verbrennen Hammer Gefällt mir richtig gut More element types exist in this simulation for various powers If you are able to find or create the code that is Thanks for the help It is not help Only repaying my debt Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised Hammer nice Kraft Element Training Geschafft Bargeld 1000 Credits Erfahrung Blast Element Feuer Oh, ich find diesen Beats da im Hintergrund so mega nice SatSenseWo Welchen hab ich jetzt? Eis Feuer Ich bleib jetzt erstmal bei Feuer Lauf mal einfach mit dem Teil rum Was ist das denn für ein leuchtender Kauz? Okay, Dawn Geuchst in der Maschine Hilf der K.O.I. die Simulation zu betreten Ja man, aber mega Wir helfen doch gerne Ups So the AI won't help me break into other Simulations Unless he gets a body So how do we get him one, Kenzie? The Xen have almost everything in the Simulation lock tight But there is something you can use A control and interface device Hey, great, where do I find one? You're in luck The Xen have a bunch of transit right now Stehen sie noch ein weiter Weg nach oben bevor Ist das ein großes Haus Boah, oben Nice Ich doch mal gerne mit Wow, sind wir weit oben Das geht sogar noch höher Hammer Geil, die da hinten nehme ich jetzt mal nicht mit Spider-Man Ja, wie doch sind wir eben Locker flockig von der Hand Oh, hey, danke Brauche ich Nehme ich Estrada, wie... Oh, was ist das denn Für eine Steuerung Jetzt scheint es zu klappen Ist klar Gehen wir Oh 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 Nein Ich... Oh, sorry Ich will vorher abbrechen Okay Hier geht es rechts lang Den Weg habe ich nicht gesehen Sonst wären wir da jetzt nicht so Dagegen gefahren Und ich wollte die noch nicht mal treffen Ich wollte es versuchen Ja, also die Motorräder mag ich nicht wirklich Das ist gefährlich Oh, f... Reinfahrt Mein Gott Was zur Hölle Was geht mit den Empl... Oh Denkste Hey Danke Und er ist da da Oder Wade Peace Pacemaker, genau Dann Wir Gut Na bitte Jetzt kommen wir ordentlich voran Oh, ich liebe den Sound von dem Pacemaker Gut, dass ich rausgesprungen bin Ich spring einfach mal wieder drauf Da oben haben wir noch einen Ich will dieses Auto nehmen Und smashes deswegen erstmal volle Kante nach vorne Ist doch wohl klar Nehme ich halt Daniel Churchill Ja, wir müssen irgendeinen Wagen im Übrigen nochmal upgraden Ähm Okay Was geht da ab Den Ufer jetzt Saugt den Ufer jetzt Okay Alles klar Also schnappen wir uns eine komische Kugel und packen da die KI rein Gut Wir brauchen noch so'n The Boss Auto Das hier ist mein The Boss Auto Nehme ich Dann upgraden wir das dann noch später Also das hier ist mein The Boss Auto Dem ich durch die Gegend fallen würde um The Boss zu sein Die anderen wären da um schnell abzuhauen Okay und wir müssen auch nochmal zurück Zum Flughafen um dort den Heli mitzunehmen Weil den brauchen wir auch Boah ich komm gleich rüber Wie man das immer so kommen sieht und damit im ganzen Körper mitmacht Die anderen Die anderen Oh Was ist das? Oh Das ist das so'n Oh 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 Der Schnapp ist von einem Schnapp zu einem anderen Schnapp, der wie ein Pinball schlägt ein Billion Punkte. Ok, wir müssen den Schnappen schnappen. Der Schottscher. Puh, jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben auftanken. Ich würde sagen, wir gehen mit der Shotgun ran. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ja, ist klar. Ok, etwas wieder Leben bekommen. Jetzt kümmere ich mich um den hier. Nein, doch nicht ins Auto. Man kann das doch anders klären. Wir alle auf das Auto draufballern. Weg mit dir. Ja, ich habe das gemacht. Nein, ich habe das gemacht. Der Schnapp gerät. Ja, wir sind so nah. Ich habe die Mitle. Ich habe das gemacht. Wir sind so nah. Ich habe das gemacht. Das war mir nicht. Ich habe das gemacht. Ja, Kinzie, ich habe das. Jetzt nehmen wir mal den hier. Okay, jetzt nehme ich mal den hier. Ah, okay, der will also. Der folgt uns. Oh, da meldet sich auch noch der Timer. Okay, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich schon mal für diese Folge. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir uns jetzt das Ding hier schnappen und da die KI reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Datensammlung 3 Bye.